Hallo und herzlich willkommen in der Alpenvorlandregion. Ich bin heute für Sie in der Marktgemeinde Bischofstetten. Verwöhnen Sie Ihre Liebsten mit Ihren Kochkünsten. Die großzügige Küche bietet viel Platz für Ihre Familienfeste. Über die Stiege gelangen Sie in das Obergeschoss, wo Sie drei weitere Räumlichkeiten und ein Badezimmer vorfinden. Untertitelung des ZDF, 2020 Koffer packen und einziehen. Wenn Ihnen die Liegenschaft gefällt, dann rufen Sie mich an. Ich freue mich auf einen Besichtigungstermin mit Ihnen. Ihre Eveline Weißengrube vom Remax Melk Koffer packen und einziehen. Vom Bischofstetten Vielen Dank.